Die Akademie ist weg. Diesel ungeheuer. Ja, aber wir müssen weiter. Alles in Ordnung bringen, bevor Schlimmeres passiert. Wenn wir die Hintergassen nehmen, kommen wir zur Burg, ohne viel Aufsehen zu erregen. Sicher, dass uns die Anwohner nicht erstechen? Nur, wenn du ihnen solche Fragen stellst. Eine dubiose Abkürzung. Wie gemacht für einen Dieb. Darf ich endlich mal was sagen? Ich wollte sagen, gut damit Hallo und herzlich willkommen zurück zu Trine 5. Die wild gewordene Bogenschützin, die sich gleich auflösen wird oder so. Ist der Epi und der etwas dummliche Zauberer, das bin ich. Unschwer zu erkennen, weil unsere Namen drüben stehen. Hallo zusammen. So, wir haben jetzt mehrere Wochen nicht mehr gespielt. Erklär mir nochmal die Steuerung, Schatz. Keine Ahnung, weiß ich nicht. Ich wollte aber gerade mal fragen, hast du nicht deutsche Sprachausgabe irgendwie gehabt jetzt? Ja, ich hatte, ach so. Weil ich habe nämlich Englisch gehabt, also das hat bei mir Englisch gelabert. Nee, ich habe die deutsche Sprachausgabe gehabt. Bei mir war ein Update und danach lief auf einmal alles auf Deutsch. Ja, ja, Sprache ist aber noch auf Englisch bei mir, okay. Du stehst irgendwie im Boden drin, ich sehe deine Füße nicht. Na, okay. Ich habe jetzt auch Deutsch. Ja, cool. Ich meine mich nämlich auch dran zu erinnern, dass das so im Original eigentlich anders war. Ah, mit der Taste konnte ich das machen. Okay. So. So. Ähm. Nein. Hallo? Kannst du mal aufhören hier? Ach, mit der Taste konnte ich es runter machen. Oh Gott. Also es tut mir leid, wir müssen die Steuerung nochmal komplett von vorne beginnen hier. Weil es irgendwie jetzt zu lange gedauert hat. Dann war ich, glaube ich, jetzt erstes krank, dann war der Epi krank und dann war ich wieder krank. Und irgendwie war das alles ein bisschen blöd in letzter Zeit. Allerdings ist es bei mir hier unheimlich laut. Oh, können die uns angreifen dahinter? Ja. Hoffe nicht. Oh! Ich habe zu spät gesehen, dass da was war. Du musst da eine Platte drüber machen, oder so. Nein. So. So im Sprung habe ich gedacht, scheiß Idee. Nein. Oh Gott. Irgendwann habe ich das dann doch mal wieder drauf, dass ich wieder weiß, wie das geht hier. So. Fragesnummer? Achso. Äh, warte mal, warte mal, warte mal. Äh. Was war das? Kannst du dich hier dranhängen? Aber... Nein. Nein. Es geht aber runter, wenn ich das, äh, wenn du dich hier dranhängst. Nee, anscheinend nicht. Nee. Nein, das geht nicht. Kannst du es mal ein bisschen tiefer machen? Nein. Oh. Ja, aber du hast es. Du hast es. Alles gut. Ich glaube auch eher, dass es eigentlich ursprünglich für mich gedacht war, damit ich hinbekomme. Aber das Rohr muss denn wieder hin. Das brauchen wir da wieder. Nein, nicht du. Um da hoch zu kommen? Was willst du denn da machen? Mach mal halt dran. Kannst du... Ja, kann ich ja. Achso. Ach, das habe ich gar nicht gesehen. Wieso sagst du mir das denn nicht? Oh. Weiß ich nicht. Ah, wo? Was ist denn? Hm? Verbinden? Ah. Aber das geht doch nicht, hat sie gesagt. Nee. Warte mal, ich hole dir meinen Kasten erst mal rüber. Vielleicht kannst du das hier irgendwie vernünftig verbinden. Ja, aber... Nicht so wirklich. Es bringt uns... Warte mal. Es bringt uns nicht wirklich viel. Erst mal los hier. Hallo? Äh, wie war das? Ja, genau so. Kommst du da hoch? Ja, deswegen ist das gut. Es ist auf Deutsch. Es ist so schön. Oh, nu? Die Frage ist nur, bringt uns das was, wenn wir das jetzt da oben... ...dran haben? Kannst du das zu dir ziehen, irgendwie? Das ist halt blöd, dass sich das so komisch bewegt, ne? Hier ist noch eins. Ja, aber... Achso, das kann ich doch anwesend machen. Mhm. Aber bringt uns das was, das ist die Frage. Ja, wenn wir das andere drauf machen, auch im Winkel. Und zwar andersrum. Ja, das kann ich nicht drehen, ne? Aber doch, so kann ich's drehen. Warte. Ja. Und dann? So. Bringt uns das nichts. Das machst du toll, Schatz. Ich weiß noch nicht genau, was das für eine Logik ist, der du gerade nachgehst. Aber du hast das ganz toll gemacht. Ähm... Ja, der ist auch zu hoch, ne? Warte mal, können wir da einen Block draufstellen vielleicht? Ich laufe hier, weil ich's kann. Das ist zu... Uh, ist zu tief, ne? Du kannst jetzt hochlaufen. Ja, und dann? Was soll ich denn da oben? Du sollst mal gucken, ob du da eventuell hochspringen kannst. Ja, wenn ich... Ja, gar nicht. Ja, siehste, bin mir nicht gut hier. Äh, die Frage ist jetzt nur, wir müssen jetzt irgendwie uns nach rechts hochhangeln, nehm ich mal an. Muss ich jetzt da hinten was hochbauen, oder was? Ja. Oh Gott. Nehmen wir hier alles auseinander. So, und so. Geht das schon mal hoch? Nehmen wir das? Das dreht sich nicht automatisch. Das sieht gut aus, oder? Ja, ja. Ähm, scheiße, jetzt krieg ich das nicht mehr anvisiert. Nein! Nein! Ach komm! Ist nicht dein Ernst! Wieso... Ach... Wieso kann man das nicht anvisieren? Alter, ernsthaft? Ach komm! Hol das Ding doch mal rüber! Den, den... Mach das jetzt! Aua! 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 Lass mich ruhig! Hilfe! Aua! Ja, fast. Ne, jetzt will er mich nicht mehr. Jetzt will er mich nicht mehr. Jetzt will er mich nicht mehr. So, warte. So. Nein! Nein! Du sollst sich da drehen. So, genau. Weißt, wie man das drehen kann, oder was? So. Und so. Ne, aber sehr hoch. Ich wollte das gar nicht so hoch haben. Ähm. Das kann man... Hä? Das kann man gar nicht anhaben. So. Da hätten wir jetzt theoretisch... Das... Hallo! Der Kerl will mir das Ding nur auf den Kopf draufhauen. Ja. So. Moment. Wir probieren nochmal Trick 17. Kommst du dann da hoch? Ja. Die Frage ist nur, wie komm ich jetzt da hoch? Das ist mega. Warte mal. Ja, das hab ich mir schon gedacht. Warte mal. Ähm. Was macht er denn jetzt da oben? Ist der hier Eifflaschen am Sammeln, oder? Ja, ich hab Flaschen gesammelt. Warte mal, ich geh mal zum Checkpoint. Hier ist keiner. Ja, toll. Hilfe, ich bin ein armer Zauberer. Lass mich hier raus. Hm. Ich konnte mal runter springen. Achso. Aua. Was machst du denn da oben? Ja, ich komm hier aber alleine auch nicht weiter, glaub ich. Ja, ich versuche grad mal was. Hm. So, Moment. Ah, warte mal. So ähnlich hätten wir das natürlich eben auch machen können. Das Problem ist nur, ich kann mich jetzt da oben nicht festhalten. Aber hier gibt's kein Checkpoint. Hallo. Ah, da bist du doch. Hi. Bist du da oben schon dran gewesen, hier links? Äh, ich glaub ja, ja. Ah ja, da war ich schon dran. Ach, das war das mit den... Ja, okay. Hier links, also ganz links kommst du auch nochmal hoch. Aber ich weiß nicht, ob wir da hinkommen. Da warst du noch nicht gucken, oder? Nein. Da sind bestimmt irgendwelche Dinger hier. Da unten ist was? So, dass Pfeile prallen an Spiegelkisten. Ja, das hab ich ja grad schon gemacht, aber... Kannst du das denn so vielleicht machen? Nach unten? So schräg? Ja, hier kann ich gar nichts durchmachen. Ich müsste da hoch wieder, aber ich komm gar nicht mehr da hoch. So besser? Mhm. Ach so, von oben kannst du. Mhm. Ja, dann kannst du aber doch direkt links rein, oder nicht? Ja, aber das Ding hier unten wollten wir doch aufmachen, oder nicht? Ja, links das. Oder nicht? Du sollst... Du sollst... Ne, nach links... Ne, nach links gegen die Bretter musst du zielen. Kannst du das nicht mit infallen? Nein! Das musst du mit... Ach so. Ach so, warte mal. Ja. Ja, aber rechts, das können wir doch auch nicht zerstören, so wie das aussieht. Sieh du mal alleine. Ja, aber das geht nicht. Da kann ich nichts machen. Warte mal, was ist denn, wenn ich mich... Aber da passiert rechts nichts, oder? Nicht hier dran hängen. Guck mal den... Guck mal den... Rechts... Kannst du das rechts erstmal abziehen? Hier hänge mich. Äh... Rest in peace, EP. Mach mal rechts ein... Genau, und dann zieh mal. Mach das mal kürzer und zieh mal. Naja, das geht nicht. Aber ich hab probiert. Das muss aber doch eigentlich. Oder muss ich da... Warte mal. Boah, geh du mal weg. Wenn, jetzt hat der wieder den anderen. Das konnte ich nicht so dagegen machen, ne? Nee. Ich muss doch... Irgendwas muss das doch... Ja, das ist cool. Aber das bringt nichts. Noch mal höher, höher, höher. Dann? Ja, ja, also... Achso, du willst da... Jetzt muss ich da hoch. Ja, und? Ist das mein Problem? Dann mach nicht den Weg kaputt, wenn du da hoch willst. Aber wie kommt man an das andere da hinten dran? Das war komisch. Ja, zwei Sachen haben wir jetzt quasi ausgelassen, so gesehen. Ach, das sind die Speicherpunkte gewesen, ja. Äh, das für dich? Äh? Auf in die Oberstadt. Hier gibt's nix zu klauen, außer Töpfen und Pfannen. Diebe! Weg von den Truhen! Wir wollten uns doch bedeckt halten. Hu! Ha! Hu! Ja! Hu! Oh, scheiße. Ich hab mich verwandelt. Das wollte ich nicht. Wer ist das? Mitglieder der Rattenbande. Sie kämpfen seit Monaten gegen die Gilde der Unternehmer. Ein Haufen Rauchtolde. Haben kaum Finesse, sondern prügeln sich lieber. Hey! Das ist wohl nicht kaputt machen, du blöde Idiot. Warte mal, können wir hier oben reinnehmen? Das ist nur so... Nee. Das ist wohl für dich hier. Oh, was, wie, was? Nee, nein. Ja, dass du das runterziehst. Also für deine Bogenschütze meine ich jetzt. Dass du das runterziehst für deine Bogenschütze. Ja, aber ich kann nix ziehen. Verstehst du es nicht? Warte mal, hier ist noch eins. Du kannst das machen dagegen. Ja. Nee. So. Es dreht sich nur. Mehr passiert hier nicht. Mach das kaputt. Da ist was drin. Wie kommen wir da noch? Wir müssen unten entlang. Ja, das heißt, wir müssen das irgendwie ziehen. Nein. Ich wollte wechseln. Mach mal so einen Kasten hier hin. Doch nicht da drauf. Du hast gesagt, hier hin. Wohin denn? Ja, wo du stehst. Wieso, wo ich stehe? Ach so, damit du es verbinden kannst. Ja. Ja, aber das bringt uns doch nix. Doch. Moment. Mann. Wer kann das doch wegreiten, oder nicht? Mann. Ich weiß jetzt nicht so genau, was du vorhast. Kannst du nicht von oben diesen Stampfer machen? Das geht da nicht, oder? Aber das ist Holz. Da irgendwo vielleicht. Ja, genau. Rechts. Nee, rechts noch nicht, ne? Ah, warte mal. Aber. Ach, wir sind so doof. Warte mal, warte mal. Nein, wir sind so doof. Nein, ach. Nein, wir gehen... Ach, hallo? Wie konnte ich das jetzt ändern? Ah, mit rechts, okay. Äh. Ah. So, dann kannst du aber nicht stampfen, wenn ich das mache. Oder kannst du ein bisschen daneben stampfen, eventuell. Nee, nee. Weiter links. Oder da oben. Nee, da oben hat das, glaube ich, nicht funktioniert, ne? Wieso kann ich das Band nicht mehr abmachen? Kann man was nicht mehr abmachen? Du musst da, wo du gerade gestanden hast, mal stampfen. Es muss da rumgehen. Kannst du das, das ist jetzt hier dran. Kannst du das mal da rummachen? Ach, meinst du, wie so ein Flaschen-Ding? Die Platte, ja. Die Platte, hol mal rum. Nein, nicht weg, neu machen. Nein. Doch, mach da mal das Leil dran. Ja, und jetzt an der anderen Seite. Nein. Ja, ist nicht schlimm. Ich kann's, sobald du da nicht mehr dran bist. Mach mal in Ruhe erst mal das Ding da dran. Hab ich. Ja, auf beiden Seiten. Ja, was hast du vor? Das, was du jetzt wolltest, oder nicht? Ja, aber du sollst das da oben drüber liegen. Das ist so knapp gewesen jetzt. Ja, du hast das so knapp gemacht. Da kann ich doch jetzt nichts für. Du hast gesagt, ich soll das machen. Schieb das mal was weg. Geht das? Nein, das geht nicht. Ja, warte, warte, warte. Jetzt, jetzt geht's. Jetzt, das müsste reichen. Weißt du, das ist lang? Ja, lass, lass, du. Na? Hallo, geht's noch? Mach das nochmal kaputt. Nee, mach das nochmal kaputt. So. Warte, warte, warte. Ich schalte das mal hier ganz rechts. So, jetzt. So. Nein, was macht ihr denn? Komm, kannst du, kannst du da rüber? Ja. Tschüss. Können wir ja so machen eigentlich, ne? Oh, da oben hier musst du wegmachen. Aha. Ja. Aha. Achso, Moment, ich komme hier wirklich nicht runter. Ich bin hier fest. Du musst das spielen mit, ja. Achso. Ey. Das war jetzt nicht geplant. Du kannst mich mal. Da oben ist noch irgendwas hier. Da ist was zum... Wenn wir das runterziehen, gehen die Dinger dann auf? Warte mal, ich mach dir erstmal das Teil hier hin. Verbind das. Kannst du nicht so schießen? Wer problematisch ist, ähm... Wieso hat der jetzt das andere anvisiert? Warte mal. Weil ich kann nicht so einen Spiegelding machen, oder? Vielleicht wird das ja mal eine Fähigkeit von mir. Das weiß ich ja nicht. Ich kann mich da ehrlich gesagt gar nicht mehr so dran erinnern. Ähm... Fakt ist auf jeden Fall, eigentlich bräuchten wir das, um da hoch zu kommen. Also um da ranzuschießen. Ähm... Was passiert denn eigentlich? Weil du müsstest eigentlich links oben stehen. Das würde ja auch reichen, oder? Ja. Wenn du die beiden mal verbindest... Äh, warte mal, warte mal, warte mal. Das weiß ich nicht, ob das jetzt schon reicht. Ah, ich kann's natürlich wieder nicht anvisieren. Mach mal kaputt. Mach jetzt mal zusammen. Oh, den kannst du nicht im Fallen nehmen, ne? Das ist so ätzend. Wieso nimmt der jetzt den anderen? Hallo? Warte mal. Was macht das jetzt? Warte mal, vielleicht hat die das Rohr. Kannst du das Rohr aufnehmen? Hallo? 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 Wenn du da jetzt dranhängst, denke ich mir mal, dann wird der dich da... Aber... Warte mal, ich könnte... Könnte es da hoch springen und wenn das runterfällt, gehst du auf jeden Fall auf das Rohr drauf. Das war jetzt doof. Das war jetzt ganz doof. Naja, warte mal. Weil so kommst du jetzt nicht mehr da hoch. Doch, doch. Ne, ne. Wie willst du die jetzt verbinden? Du schießt das gleich wieder runter. Dann müssen wir wieder von vorne anfangen. Sonst, muss ich überhaupt da hin? Ich kann das doch gar nicht machen. Ja, du schießt doch. Deswegen solltest du ja auf dem Rohr draufstehen. Jetzt kannst du es natürlich nicht mehr. Ja, aber da komm ich doch eh nicht hin. Geh mal bitte mal da runter. Du musst nur die beiden verbunden lassen. Verbinden. Die waren so schön verbunden, dass du, wie gesagt, nur hoch springen musstest. Aber das hast du jetzt nicht mehr gemacht. Immer nicht drauf. Ein Stück zurückgehe. Ne. Hä, so hoch ist das doch gar nicht. Ne. Hä? Du musst über den Mitspringen. Ja, das kann ich nicht, weil ich dann... Warte mal. Äh, das macht Spaß. Aber wie soll ich denn jetzt durchschießen? Wechsel mal auf dem anderen. Schön stehen bleiben da oben, ja? Achso, äh... Kannst du jetzt wechseln noch? Ja, das ist jetzt die Frage, weil ich dann... Ach, nee! Schieß mal mit dem... Mit dem Spiegel da hoch. Oder... Ach, nee, das geht ja nicht. Alles gut. Ähm... Ich weiß aber... Ach, wir sind... Nee, das geht auch nicht. Ja, das Problem ist, ich könnte die jetzt wegnehmen. Es war ja, wie gesagt, nur geplant, dass du da hochkommst. Du hast die jetzt aber so blöd da in die Ecke reingehauen, jetzt kannst du nicht mal auf dem Rohr stehen. Was ist, wenn ich den... Ja, ich komme gar nicht mal auf den Zauberer. Ja, weil ich den hatte. Was ist, wenn ich den einfach wegschnipse, quasi? Aber dann haben wir wieder das gleiche Problem, weil dann kann ich nicht gleichzeitig hängen. Ja, mach nur mal weg, mach mal weg. Aber ich muss springen, du musst es in dem Moment wegmachen, sonst macht er das nicht. Kannst du von da aus das Ding, äh, die beiden verbinden? Also die, äh, oben, oben, mit dem Seil da dran? Wo dran? Unten. Ja. Lass mal los, mach mal runter. Würde ich... Boah, willst du mich hier... Jetzt, so. Boah, war das hier eine Aktion. Warte mal, jetzt nehme ich den erstmal wieder weg. Nein. Mach das Ding weg. So. Aber jetzt brauchen wir den noch irgendwo für. Oh ja, eigentlich für da oben. Ach, der muss da oben... Nee, nein, der muss da oben drauf. Ich muss nochmal schießen. Geh mal hoch, auf das Rohr. Auf das Rohr. Ich will das oben zuhalten. Du musst mit hier reinkommen, weil das Gitter geht zu. Kommst du da überhaupt... Na ja, doch kommt schon vorbei. So, und für diesen dummen Spruch, ihr Lieben, würde ich sagen, machen wir jetzt hier erstmal einen kleinen Cut, damit ich den Epi mal eben kurz verprügeln kann. Und dann sehen wir uns frisch, fromm, fröhlich, frei in der nächsten Folge wieder. Bis dann. Ciao. Ciao. Aua. Hallo. Die schlägt mich. Ist klar. In mehreren hundert Kilometern Entfernung. Die schlägt mich virtuell. Vielen Dank für dein Like. Wenn du mehr davon sehen möchtest, dann darfst du mich auch gerne abonnieren.